Wolle ich mich da ein bisschen in den Windschatten stellen? Ja. Das dachte ich doch. Wo ist der Eis? Ja, von hinten aus, dann haben wir die Hälfte nicht. Ja, das ist aber jetzt reich. Das macht doch keiner. Da kriegt doch keine 1,5 Meter Löcher in die Erde. Wo war die Vorgas? So stark. Wo war mein Gebiet? So, Amos, sind wir soweit? Ups. Womit knallen Sie? Eigentlich mit Wunderkerzen? Ja. Das schätze ich gar nicht. So, vorsichtig Abstand haben. Ja, das geht. Also, das kann man ja auch festhalten. Was machen auf dem Wunder? Da war ja nichts, oder? So, jetzt. So, weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, 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 weg. Und wann geht das jetzt los? Das Highlight kommt zum Schluss.